so genau dass back in space und es gibt mal wieder ein kurzes einfaches kleines aber feines auto video und diesmal geht es um das thema controls speichern viele tun sich schwer mit der tasten belegung bzw investieren unheimlich viel zeit in die tasten belegung und deren optimierung macht ja auch sinn man muss ja ein bisschen spielen und schauen funktioniert das was man sich dafür erdacht hat meistens spielt man eben nicht mehr der standard tasten belegung hängt ja auch von den eigenen verwendeten eingabe geräten ab und welche präferenzen man hat und da gibt es natürlich viele eigenheiten und was mir aufgefallen ist in zwei punkte einer dass tatsächlich diverse user die funktion zum exportieren ihrer einstellungen nicht im blick haben und das zweite ist dass einige auch nicht wissen dass die versions übergreifend funktionieren das heißt die control mappings die ich in 2.3 zum beispiel gemacht habe die kann ich genauso gut in 2.5 in 2.6 und so weiter importieren natürlich kommen neue hinzu die muss man dann setzen die sind dann in den eigenen daten nicht gesetzt manche werden auch umbenannt das merkt man dann aber sehr schnell das sind immer nur einzelpunkte das heißt nicht wenn die die tasten belegung ändern dass eine grundsätzliche inkompatibilität da ist wie das ganze funktioniert das zeige ich euch jetzt und dann könnt ihr euch viel zeit sparen nach updates statt jetzt mal eure tasten belegung neu zu machen einfach nur einen kleinen import vorzunehmen wir rufen dazu die options auf und gehen direkt in die key bindings denn das ganze ist hier verankert also alle anderen einstellungen wie die game settings graphics audio und die controls wo ihr dann auch so zeigergeschwindigkeiten zum beispiel einstellen könnt die werden nicht in der exportierten datei gespeichert sondern nur in eurem user folder den macht da macht es aber sind den hin und wieder mal zu löschen wenn man insbesondere probleme hat nach einem update das heißt das sind dinge die muss man dann im zweifel neu setzen aber die key bindings die nicht wenn ihr hier unten rechts auf advanced controls customization klickt dann könnt ihr für die ganzen bereiche hier eure eigenen einstellungen vornehmen und zusätzlich hier oben die angeschlossenen eingabegeräte durchschalten bzw generell die vorgesehenen eingabegeräte also hier nehmen wir keyboard mauseinstellungen vor schalten weiter können gamepad einstellen schalten weiter können joystick quotas einstellen das sind die verfügbaren bereiche und dann könnt ihr das ganze durchdeklinieren und wenn ihr das getan habt dann gibt es hier einen abschnitt control profiles wenn ihr da rein klickt und das ist etwas das übersehen viele es gibt eben die möglichkeit reset to defaults also die standardeinstellung wiederherstellen und paar vorgegebene einstellungen zu laden die sie eben mit seinem game ausliefert aber mit dem punkt export control settings könnt ihr das ganze exportieren ihr seht ihr schon mal eine einstellung irgendwie 261 ich habe einfach den 26 importiert und dann noch mal ein zwei kleinigkeiten verändert und dann als 261 exportiert wenn wir jetzt hier draufklicken und dann werden wir aufgefordert einen namen einzugeben blub irgendwas keine ahnung blau noch falsch geschrieben ja und ist auch völlig egal was sie hier eingeht irgendeinen namen der euch irgendwas sagt denn dieser name wird nicht nur für diese liste verwendet sondern eine entsprechende xml datei angelegt mit diesem dateinamen dort sind dann eure einstellung gespeichert klicke ich jetzt also auf export legt er die datei an und wenn ich jetzt hier noch mal reinschaue dann habe ich dann habe ich es nicht funktioniert natürlich nicht probieren wir es noch mal ist der vorführeffekt gehen wir mal weg noch mal in die options mindings advanced controls customization und die profiles da sind sie wieder ja wir hätten einmal zurückgehen müssen da war ich ein bisschen ungeduldig gut also jetzt haben wir hier diese ganzen presets dieses settings exportiert wenn ihr die laden wollt dann klickt ihr auf 1 derer die ihr laden wollt und dann auch sehr sehr praktisch wird euch angeboten für welche eingabegeräte das importieren wollt wenn ihr also sagt ja ich habe einstellungen exportiert aber ich will eigentlich nur die für meine maus importieren und dieses keyboard und den rest gar nicht überschreiben weil dann habe ich jetzt nochmal anders eingestellt ihr könnt dann also verschiedene bereiche aus verschiedenen eingabegeräten kombinieren ihr sucht euch also aus was ihr da importieren wollt und beim dritten joystick zeigt er bei mir einen neuen an weil ich da einfach keinen habe und ja das ist dann halt entsprechend voreingestellt und in dem moment wo ihr auf import klickt werden diese ganzen einstellungen hier importiert und entsprechend eurem standard und damit stehen euch die dateien zur verfügung was ihr noch wissen müsst wenn ihr jetzt eurem game ordner löscht oder das ganze im ptu gemacht habt oder so wie kriegt ihr jetzt diese einstellungen in das controls profiles menü von jeweils anderen version das funktioniert ganz einfach ihr könnt in euren user folder gehen da findet ihr neuer controls und darin wiederum ordner mappings und darin sind die xml dateien abgelegt die eben genauso benannt sind wie ihr es hier vorgegeben habt und diese xml dateien die könnt ihr einfach irgendwo hin speichern in euren dokumenten ordner oder sonst wohin wenn ihr dann ein update gemacht habt und euren user folder gelöscht habt und das spiel dann startet da wird ja neuer user folder angelegt einschließlich controls mappings der ordner ist dann natürlich leer weil eure einstellungen dann auch gelöscht wurden und dort könnt ihr einfach die xml datei rein kopieren und dann steht ihr euch beim nächsten spielstart hier auch wieder zur verfügung und dann könnt ihr die importieren und wie gesagt das geht auch versions übergreifend also hier habe ich dann zum beispiel auch die datei von 25 in 26 importiert und dann die von 26 in 261 in 261 jetzt noch ein paar änderungen vorgenommen und deswegen denn die datei hier umbenannt also das ist alles möglich und dann könnt ihr stressfrei eure control mappings von version zu version mitnehmen und wenn sich was wesentlich geändert wesentliches geändert hat oder ein neues feature hinzugekommen ist dass ihr unbedingt nutzen wollt und braucht dann könnt ihr einfach die tastenbelegung hier zusätzlich machen und dann einfach nochmal mit dem gleichen namen exportieren dann wird das überschrieben und dann habt ihr den aktuellsten stand ihr müsst also nicht weil ein paar neue funktionen dazu gekommen sind oder vielleicht sich ein paar geändert haben oder entfernt wurden oder generell die tastenbelegung von CRG geändert wurde müsst ihr nicht gleich jedes mal von vorne anfangen ja also in diesem sinne ich hoffe das nützt viel spaß genas und bis zum nächsten mal Da hier gibt nicht nur noch mal Tá Nach 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 olacak